Hallo, hier bei der zweiten Folge SwingCopters von Zero Fifteen. Okay, fangen wir gleich mal an mit einem Tab. Junge, ich get ready. Nein. Das wird gleich sicher länger dauern als Flappy Bird. Nein. Das werden meistere Folgen ganz klar. Aber egal, mach einfach, solange es Spaß macht, bis ich mein Projektziel erfüllt habe. Oder mein Handy kaputt ist, weil ich jetzt letzte Eck schmissen habe, wegen diesem Spiel. Egal. Hoch, hoch, hoch. Junge, nein. Man. Okay, passt schon, passt schon, passt schon. Tja. Hoch. Nein. Komm. Vielleicht sollte ich einfach wieder Flappy Bird spielen. Moin. Moin. Okay, game over. Get ready. Das war jetzt traurig. Okay, get ready und tap. Hoch, hoch, hoch. Im Nachhinein finde ich Flappy Bird einfach. Toll. Ja. Voll gegen den Hammer. Das muss man erstmal schaffen hier. Junge. Mein Arschgesicht ist der Hammer. Da hört man es. Ja. Nein. Du blödes Arschgesicht. Wortwörtlich, guck dich an. Guck dich an. Na toll. Ja, ja, stürz ab, stürz ab, stürz ab. Auf nach oben mit dir. Du kleiner Swing-Copter. Hey, was kommt als nächstes für ein Spiel von dir? Derzeit rümmer dein Handy-Simulator. In real life. Ja, ja, ja. Ich habe meinen Rekord gebrochen. Ja. New best. Wow, ich komme. Ich würde bloß 15 schaffen mit 15. Dann ist das Display vorbei. Und wahrscheinlich wird es dann nie wieder spielen. Ich habe da jetzt nicht eine Überlegung, wie Flappy Bird. Nein, das wird installiert. Nein. Warum sage ich das überhaupt schon? Ich werde es doch eh nicht schaffen. Also, das Let's Play würde über Jahre gehen. Also, ab jetzt jeden Tag ein, zwei Folgen. Hiervon. Von Swing-Copters. Und wenn es euch gefällt, lasst ein Abo oder ein Daumen nach oben da. Wäre geil. Ja. Tonproblem wird geändert. Also, schreibt doch, was man verbessern könnte. Oder was man noch so machen könnte in den Kommentaren. Und ich kümmere mich drum. Flieg. Nein. Mann. Okay, okay, okay. Hoch. Hoch. Nein. Viel. Blöds. Ding. Dein Hut ist pixelig. Du bist pixelig. Du bist nicht real. Und ich reg mich drüber auf. Ja, ist ja klar. Ist ja klar, ja. Ja, mhm. Yep. Ja, so läuft das. Mhm. Oh my fucking God. What the hell am doing here? Ich blei Swing-Copters. Und was geht jetzt schief? Jetzt wird's b**** oder was? Aha. Meine Bildschirm-Halligkeit ist aber immer noch auf Full. Also, ich weiß nicht. Das war das Spiel. Wie kannst du nur spielen? Ach, plötzlich. Jetzt wirst du wieder hell oder was? Jetzt sieht's schön aus. Jetzt renne ich eh voll gegen den Hammer. Nein. Ich wusste es. Es war mir klar. Es war mir so verdammt klar. Du blöder... Douchbag. Jetzt sag bloß. Kötzebrück. Mann. Flieg. 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 Nein. Mann. 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 Immer diese Applikations hier. Ja. Flieg. To die is a nice day to die. It's a nice day to die. Ja. So läuft es. Metal. Okay. Flieg. Flieg. ob wir irgendwie hornbach hat man hammer aus panzerstahl hergestellt ja das kann jetzt auch irgendwie durch diese komischen stahlfliehkammer dinge da am grant oder was auch immer das grunde sein soll hier natürlich ein fliegendes arschgesicht dagegen war mit und tap 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 jungen flatsch okay flieg du bist ein arschgesicht du musst es schaffen ja ja war mir klar du blöder und du blöder ich nenne dich jetzt keine ahnung ein wirklicher name ist ein arschgesicht nein keine ahnung du bleibst dein arschgesicht mann 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 oh gott das fiech hofft auch langsam dass sein schaden kein gehirn genommen hat mann okay blöder hund okay get ready ja war mir klar flatsch zu wenig kommt das ey wie kommt man auf sowas macht ja gleich ein app wo oben hier einfach ein ding ist wo man nicht vorbei kann und abschützt ist doch genau das gleiche als hier mit diesem blöden hammer was kommt was ist wenn man weiter ist werden die dann immer winziger bis gar keine ein bisschen zusammenstoßen oder was ist los mann okay game over get ready ach jetzt wird es wieder dunkel oder was hier nein okay 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 ready weißt du mich völlig Junge du fliegst jetzt hoch 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 ja Junge Junge Mann Mann Völlig verarscht man fühlt sich völlig verarscht vor dem scheisspiel von den Mann ich sag ja nicht, es ging nur das Spiel bloß aber likable Schade durch Junge, hoch, hoch, hoch Mann, Mann, Mann Ich, das Ich dachte, Flappy Bird wäre hier Tötend, depressiv Machend, aber nein Du spielst Swing Cop Da so einen Klatsch gegen einen blöden Hammer Den du noch nicht Mal richtig berührst Und schon stürzt ab und stirbst Hier kommt Letzte Runde Hör ich auf mit der Ja, ganz klar Also, man zieht sich dann hier bei einem Schönem Game Over Hier bei der nächsten Runde von Swing Cop Ciao